Herzlich Willkommen, mein Name ist Pet Hock und heute gibt es Gänsehaut. Vor kurzem habe ich hier auf meinem YouTube-Kanal ein Video hochgeladen zu einem deutschen Whisky aus der Ox Distillery. Hat vielleicht schon mal jemand gehört? Ich habe in der Vergangenheit schon mal ein Video zu einem Whisky aus dieser Brennerei gedreht. Das ist für mich quasi Heimspiel, weil die Ox Distillery, die liegt hier vor den Toren Aschaffenburgs, ist nicht weit weg. Ich bin auch relativ oft vor Ort und vor kurzem habe ich halt, wie gesagt, zum Tag der deutschen Einheit, war ja sehr passend, ein Whisky aus der Brennerei hier im Video vorgestellt und habe auch so einen kleinen Spoiler gegeben. Ich blende euch jetzt diese Videosequenz einfach an der Stelle nochmal ein. Der Marco und ich, also der Inhaber, der Marco Stenger und ich, wir haben bei ihm in der Brennerei ein Fass liegen. Jedes Mal, wenn ich zu ihm komme und das tue ich schon seit Jahren, ein, zwei, dreimal im Jahr, wir probieren immer, wenn ich vor Ort bin, aus einem und demselben Fass. Einfach um so den Werdegang von diesem Fass zu begleiten, zu beurteilen, was macht er, wie wird er, was macht man damit. Das machen wir schon seit Jahren. Und jetzt war ich, wie gesagt, heute vor Ort und wir haben wieder aus dem Fass probiert. Und da sage ich zu Marco, ey, der ist 2015 destilliert. Wir haben den probiert als ganz jungen Whisky und über die Jahre hinweg immer wieder. War immer geil, war unser Stoff. Haben wir Spaß dran gehabt, jetzt ist er acht Jahre alt. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo denn auch jemand anderes mal probieren sollte. Und der ist aus eigenem Malz produziert, rauchiges Malz aus Schottland. Und bei Gott, der riecht und schmeckt fast genauso wie in Lafrake. Also unglaublich, was da im Fass ist. Ja, was haben wir dann im Nachgang mit dem Fass gemacht? Wir haben es natürlich abgefüllt. Und jetzt ist der Whisky in der Flasche und ich habe ihn auch hier. Oh, ich zeige ihn direkt mal, oder? Der sieht so hübsch aus, den kann man direkt auch mal zeigen. Goosebumps nennt er sich. Goosebumps, das englische Wort für Gänsehaut, denn Gänsehaut hatte ich wirklich. Also wie schon in diesem Spoiler erwähnt, das Fass, das begleitet mich schon und den Marco, den Inhaber von der OXA Stillery, schon seit Jahren. Wir haben immer mal wieder aus diesem Fass verkostet. Wir haben auch irgendwann mal entschieden, dass wir das Ganze aus einem Ex-Bourbon-Fass umfüllen, in einen Ex-Sherry-Fass. Also der Werdegang von dem Whisky, der wurde wirklich über Jahre hinweg verkostet. Mittlerweile ist die ganze Geschichte acht Jahre alt. Und das war eben der Zeitpunkt, wo wir beide gesagt haben, jetzt sollen nicht nur wir damit Spaß haben, den sollen alle anderen probieren. Und als ich den dann zuletzt, als ich vor Ort war, ins Glas bekam, der Marco hat da wirklich mit dem Heber, ja, Deckel abgemacht vom Fass, mit dem Heber rein, schön rumgerührt, rausgeholt, ins Glas rein. Ich rieche ins Glas und das Erste, was ich da empfunden habe, war tatsächlich Gänsehaut. Ich habe zu Marco gesagt, Alter, guck mal meinen Arm an. Ich habe wirklich Gänsehaut. Und das war dann letztendlich auch der Name, den wir diesem Whisky gegeben haben. Goosebumps. Acht Jahre alter Single Malt Whisky aus Deutschland, hergestellt aus Gerstenmalz, das über Torfrauch gedarrt wurde. Und das Ganze passierte tatsächlich damals in Schottland. Es ist rauchige, schottische Gerste. Die wurde dann hier bei Ochs in Wenig-Hösbach destilliert. Zuerst in einem Ex-Bourbon-Fass gereift, über sechs Jahre hinweg. Und dann hat eben der Whisky nochmal ein Finish erhalten in einem Olleroso-Sherry-Fass, in einem etwas kleineren. Das ist 2022 im Juni passiert. Also da hat jetzt etwas, ja nicht ganz anderthalb Jahre Finish im Olleroso-Sherry-Fass bekommen. Destilliert ist das Ganze im Februar 2015. Wie gesagt, eine Ex-Bourbon-Fass-Reifung mit einem Olleroso-Sherry-Finish in einem kleineren Fass. Und die Gerste war raurig. Tatsächlich, was hier ein kurioser Fakt ist, nach acht Jahren hat er tatsächlich nur noch eine natürliche Fassstärke von 44,7. Klar, es war ein Mords-Angels-Share in dem Fass, definitiv. Aber es kann sich kein Mensch erklären, warum der nach acht Jahren nur noch so wenig Alkohol hat. Aber 44,7 ist tatsächlich die natürliche Fassstärke. Der Whisky ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert. Und ich zeige es nochmal, so sieht es aus, weil es einfach sexy ist. Das Etikett hier unten habe ich gemacht, das ist das typische Ochs-Etikett, das habe ich gemacht. Und ich bin stolz auf den Whisky, sehr. Ich glaube, ich werde den jetzt auch mal probieren. Ich habe noch gar nicht eingeschenkt, habe noch gar keine Luft bekommen. Eieiei, schlecht vorbereitet. So, ich habe hier noch eine offene Flasche. Das sind immer so die zwei Flaschen, die ich von meinen eigenen Abfüllungen am Start habe. Eine zum Aufmachen und Genießen und eine für die Ewigkeit. Und da sieht man schon, so ein dunkles Rotgold. Also, wie gesagt, ein, ein Vierteljahre Oleroso Sherry Finish in einem kleineren Fass, 110 Liter groß etwa. Das hat schon ein bisschen Farbe hinterlassen, weil er war über die klassische Bourbon Fassreifung einfach klassisch golden. Aber ich liebe dieses Fass und ich freue mich, dass ich euch das heute vorstellen darf. Also, Rauch ist einfach voll krass da. Der ist wirklich sehr, sehr rauchig. Die OXA Silvery hat stellenweise Whiskys im Sortiment. Die haben so einen unterschwelligen Rauch. Es gibt so ein bisschen Komplexität. Stellenweise sind die Whiskys auch in Fässern gereift, in denen mal ein rauchiger Whisky lag. Betreffend des Videos beispielsweise, das ich jetzt vor kurzem hochgeladen habe. Aber der ist jetzt aus rauchigem Malz hergestellt und er riecht auch rauchig. Und zwar ziemlich heftig rauchig. Der Rauch hat wirklich eine krasse medizinische, phenolische Note drin. Das kennst du so von einem deutschen Whisky überhaupt nicht. Gar nicht. Und hättest du mir den blind eingeschenkt, ich hätte den safe nach Eila gelegt. 100%ig. Das Sherry-Finish hier wunderschön mit einer schokoladigen Note, mit einer Haselnussigkeit. Wirklich so eine Vollmilz-Schoko mit Haselnüssen drin. In die Richtung geht's. Super angenehm. Super smooth. Aber halt tief. Die Eiche nicht irgendwie drauf gesetzt. Der Sherry nicht drauf gesetzt. Der Rauch super verankert. Das riecht einfach. Kennt ihr den Lafroic 10 Jahre Sherry Oak Finish? Der riecht so. Nur halt etwas intensiver. Obwohl der Alkoholgehalt niedriger ist. Aber hier hast du über die etwas jüngere Reifezeit, 8 Jahre. Ich meine für einen deutschen Whisky ordentlich, für einen Schotten nicht wirklich. Aber hier hast du über das etwas jüngere Alter vielleicht noch so eine Ecke und Kante drin. Aber letztendlich, wer den Lafroic 10 Sherry Oak Finish kennt, kommt mein Video auch demnächst. Ich hatte ihn erst im Glas. Der weiß, auf was er sich hier einlässt. Und der riecht fast genauso. Und das ist halt eben nicht auf Eila produziert. Nein, das ist in Deutschland produziert. Super nice. Also ich finde den so gut. Das ist ein richtig medizinischer Rauch. So was hatte ich in Deutschland noch nie. Das ist so für mich persönlich. Ich meine, die Oxenstillerie hat wunderbare Fässer da liegen. Aber dieses Fass Nummer 65 ist für mich das beste Fass, das sie liegen hatten. Ach. Da wächst mir gleich ein Zelt, ey. Ich sage immer wieder, Gott sei Dank geht die Kameraeinstellung nur hier bis zum Bauch, damit man den Rest nicht sieht. Ja, da wächst ja ein Hörnchen. Prost. Der schmeckt wie ein Love Rock. Sorry, dass ich den Vergleich jetzt bringe, ja. Aber es schmeckt halt einfach so richtig kräutrig, phenolisch, medizinisch. Die Desinfektion hier im Krankenhaus, wie so ein verdammter Love Rock. Und dann kommt eine gewisse malzige Grundbasis, die eine leichte Trockenheit mitbringt. Da hast du aber mit diesem Sherry finde ich auch hier diese schokoladige Note mit den Nüssen drin. So ein Spritzer Citrus noch mit am Start, vielleicht ein bisschen Orange, aber die Kräuter sind präsent. Der Rauch ist präsent, hat hinten raus sein aschiges Finale und der trinkt sich super smooth. 44,7 ist echt geschmeidig. Ich muss nochmal nachschränken, das ist einfach, oh Gott. Das sind so gefährliche Whiskys, ne. Wer auf Rauch steht. Also heavily peated. Ohne Scheiß ein Lafroik aus wenig Hösbach. Ich meine, die haben auch Whiskys, die in solchen Lafroik-Fässern nachreiften. Das ist jetzt wirklich selbst hergestellt. Das ist unglaublich. Rauriges Malz aus Schottland, das da bei der Ox Distillery produziert wurde im Februar 2015. Kam in den Ex-Bourbon-Fass mit eben diesem Sherry-Finish. Das ist meiner Meinung nach Fass 65. Das ist das, was in der Flasche ist. Das beste Fass, was die Ox Distillery da liegen hat. Und ich bin unfassbar stolz drauf, dass das in Kooperation mit mir passiert ist. Dass da irgendwo auf dem Etikett mein Konterfei ist. Probiert das. Probiert das. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Verfügbar ist das Ding ab sofort im Online-Shop von der Ox Distillery. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung rein. Sollte dann auch online sein, wenn das Video online geht. Und probiert ihn einfach aus. Also ich will hier niemanden zum Kauf nötigen, ja. Aber das sollte man probieren. Das ist für mich ohne Scheiß am Tagesende. Ich habe so im nicht-rauchigen Bereich meine Lieblingsbrennerei in Deutschland. Wer meine Videos kennt, weiß welche das ist. Im rauchigen Bereich, deutscher Single Malt, hatte ich noch nichts Besseres wie das Ding. Punkt. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein.